Die Handlung Die beiden befreundeten Roppenfänger, Paolo und Samu, werben um die Hand der schönen Navarana, die sich von deren Orvancen geschmeichelt fühlt. Als Samu nach einem Streit versucht, Paolo mit einem Speer anzugreifen, wird entschieden, dass die beiden Freier einen Gesangsstreit durchführen sollen. Der Sieger darf um Navaranas Hand anhalten. So kommt es, dass sich die beiden Rivalen vor den Augen der Dorfbewohner in einem Trommeltanz mit Gesang duellieren. Im Wettstreit sticht Samu seinen Gegner nieder, als er droht, hoffnungslos zu unterliegen. Paolo wird daraufhin von einem Schamanen gesund gepflegt. Nachdem er genesen ist, begibt sich Paolo mit einem Kajak auf die abenteuerliche Reise zu seiner Geliebten. Die zwei红elungen sind, ich meine, die in den Augen der collaborate, verleten Sie, die die sich in der Lage gibt. So kommt ein Schwanen zu den Augen der Ökchain. So kommt es, dass wir in den Augen der be abraßen wollen. Dann geht's ein Schwanen des Schwanes, die sie zu werden in der Lage, die es ein Schwanen des Schwanes ist für den Augen der Ostenderaßen dritten. Untertitelung des ZDF, 2020 Schöne, schöne, schöne. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk